Ich habe noch eine Slide mitgebracht, nur zu uns. Als Einstieg, wer sind wir eigentlich? Zwölf Jahre alt, 2004 gegründet. Wir sind Marktführer im Enterprise-Bereich. Beim Thema Analyse in Deutschland haben knapp 150 Mitarbeiter in sieben Büros über die Welt verteilt. Und wir tracken zum Beispiel um die 80 Milliarden Requests im Monat. Das sind knapp 20.000 Datensätze pro Sekunde. Das ist immer ganz spannend, mal zu sehen, wie sich sowas entwickelt, auch die Technologien. Und unsere Kunden machen knapp 8 Milliarden E-Commerce-Umsatz. Worauf möchte ich jetzt heute eingehen? Noch mal ganz kurz Revue passieren lassen. Was ist eigentlich bisher passiert in der nahen Vergangenheit? Was passiert denn eigentlich heute? Und da sehe ich auch schon so zwei, drei Wolken am Horizont des programmatischen Himmels, wenn ich ehrlich bin. Und was sollten wir eigentlich daraus lernen? Und wenn man jetzt mal darauf eingeht, das kann man nicht so gut lesen. Wenn man jetzt mal so in die nahe Vergangenheit guckt, dann war die Vorhersage von Goldman Sachs aus dem Mai 2016, wenn es um den Markt, sorry, das sieht man nicht so gut, Online-Werbung gibt. 2016, 2017, 48 Milliarden Wachstum, dass Google und Facebook 81 Prozent dieses Marktes für sich beanspruchen. Kennt ihr mal die Realität? Finde ich ganz spannend. Aber das kann man auch nicht so gut lesen, aber habe ich hier von der IAB kopiert. Finde ich ganz spannend. Da wurde das Q3 verglichen, 2015 zu 2016. Und da sieht man, vom Gesamtwachstum haben die beiden zusammen 99 Prozent gekriegt. Finde ich eigentlich schon beeindruckend. Also das ist eine ganz interessante Zahl. Und was sagt uns das? Natürlich sind das gerade die beiden Technologien im Online-Marketing, mit denen wir arbeiten müssen. Ich meine, da sieht man offensichtlich, schafft es Google und Facebook uns am günstigsten Neukunden zu besorgen. Und ich glaube, damit muss man sich momentan abfinden. Und damit muss man natürlich auch sozusagen für seine eigene Entwicklung mitrechnen und arbeiten. Eine andere Konsequenz daraus, dass quasi 100 Prozent des Wachstums vom Digital-Marketing durch zwei Unternehmen geleistet wird, ist, dass diese Kanäle einfach teurer werden. Auch logisch. Wenn ich mir angucke, Facebook hat ein Wachstum von knapp 65 Prozent im Preis gehabt. Und bei Google, je nachdem, welchen Kanal man anguckt, war es knapp eine Verdopplung innerhalb eines Jahres. Und das finde ich eine spannende Entwicklung, weil wenn man mit einigen Investoren redet, Florian Heinmann kennt ja die meisten hier, also von Project A, einer der Gründer, der investiert jetzt nicht mehr in Geschäftsmodelle, die sozusagen in der Neukundengewinnung nur von Google und Facebook abhängig sind, weil die Margen durch das Auktionssystem einfach rausgesaugt werden. Also wenn ich irgendwo eine Branche habe, in der ich ganz viel Geld verdiene, ja, dann habe ich eben auch ganz viel Geld, um fürs Marketing die Leute einzukaufen. Und dann werden durch das Auktionssystem diese Margen einfach abgesogen. Und was ist eigentlich die Konsequenz daraus? Naja, es ist eben wichtig, dass man mit den Kunden, mit denen man hat, dass man besser mit denen kommuniziert, direkt ohne sich ständig und neu diese Kunden wieder einkaufen zu müssen. Was ich auch spannend finde, ich meine, ihr macht auch SEO, glaube ich. Also man kann ja sagen, na gut, SEA ist ja nur ein Thema, aber SEO, also Suchmaschinenoptimierung, die kostenlose, ist natürlich ein ganz tolles Thema. Da finde ich es mal spannend, was sagt eigentlich Google über SEO? Können wir uns mal angucken, wenn man bei Google SEO eingibt, sagt Google SEO ist tot. Auch schon ein bisschen länger. Wir wissen, das hat nicht immer viel zu sagen, aber woran liegt das? Liegt natürlich daran, dass wenn ich hier oben ein Möbel Düsseldorf eingebe, sehe ich genau vier Anzeigen. Also da ist SEO eben nicht mehr so richtig interessant, weil irgendwie SEO fängt dann quasi unter diesem Bezahlbereich an. Und das finde ich halt ganz spannend, weil natürlich die Keywords, wo Geld zu verdienen ist, da weiß Google ganz genau, dass es erst mal ein paar Anzeigen schaltet. Und die, wo eben kein Geld zu verdienen ist, da sehe ich dann auch meinen SEO relativ weit oben. Also wir haben für Banken zum Beispiel interessante Projekte. Es gibt immer wieder das Phänomen, dass Leute, ich sage mal nach Deutsche Bank suchen, bei Google auf die Seite klicken, auf eine Anzeige und sich dann einloggen. Also ich kaufe mir quasi jedes Mal den Login meines eigenen Kunden wieder ein. Und das sind halt so Themen, wo man drüber nachdenken sollte. Aber das ist halt teilweise 30 Prozent des SM-Budgets bei vielen Unternehmen. Und ja, da sollte man drauf gucken. Jetzt ist die Frage, was passiert eigentlich heute? Also das war gestern, Google und Facebook übermächtig. Wie arbeiten wir mit denen, müssen wir sehen. Aber was passiert heute? Und da gibt es so ein paar ganz spannende Entwicklungen. Die Datenschutz-Diskussion zum Beispiel. Also es gibt ja 2018 eine neue Datenschutz-Grundverordnung, die ist schon verabschiedet. Und im Rahmen dieser Datenschutz-Grundverordnung wird jetzt eine E-Privacy-Richtig... Oder nee, das ist jetzt auch eine Verordnung, eine E-Privacy-Verordnung erlassen. Das heißt, diese neue Datenschutz-Grundverordnung wird auch in ein Gesetz für das Internet gekippt und für die digitalen Medien. Und da steht momentan drin, dass jegliche Third-Party-Technologie ein Opt-in benötigt. Das heißt also, von wegen Programmatic wird sich explodieren. Kann auch sein, dass das Third-Party-Internet in 2018 nach jetzigem Entwurf der Gesetzeslage fast tot ist. Ja, weil die meisten von uns wollen das nämlich nicht. Es gibt eine herrliche Schizophrenie, wenn man den Nutzer da draußen auf der Straße fragt, willst du eigentlich getrackt werden, sagen die alle nein. Und ihr als Nutzer, ihr wollt auch nicht getrackt werden. Ihr als Online-Marketing-Verantwortliche sieht man hier. Das ist eure Webseite und das sind sozusagen die Unternehmen, die diese Webseite tracken. Und genau dieses will die EU-Kommission sozusagen auflösen. Und die sagen, das ist halt blöd und Facebook, Google und Amazon machen das eigentlich viel besser. Die geben unsere Daten nämlich nicht in Echtzeit an 25 Unternehmen weiter. Und das ist so ein Thema, warum auch zum Beispiel die Adblocker gerade extrem steigen. Also in Deutschland 24% Adblocker, hier sieht man das Wachstum dieser Blocker. USA sind es nur 9%, aber auch interessante Zahlen. Wenn man sich die indischen und indonesischen Adblocker-Installationen auf Smartphones anguckt, ist man dabei, ich glaube, 81%. Also das ist schon eine ziemliche Entwicklung und für uns natürlich auch ein schönes Thema. Es sind vor allen Dingen Jüngere, die eben mit diesen Technologien umgehen können. Also meine Oma weiß halt nicht, wie sie den Adblocker installieren soll und weiß auch nicht warum. Aber die Jüngeren und hier vor allen Dingen die männlichen Nutzer, die nutzen das sehr stark. Und jetzt haben wir auch mal genauer geguckt, was wird denn da eigentlich geblockt? Und weil natürlich Google auch immer, also ich werde ja immer gefragt, was machen wir eigentlich anders als Google? Das Blöde bei Google ist, die kennt jeder. Und wenn ich so einen Blocker baue, dann blocke ich halt auch immer das, was ich kenne. Außer ich heiße Adblock Plus und kriege irgendwie Millionen dafür, dass ich Google durchlasse. Da sieht man eben, Google wird geblockt und Google verliert halt schon 10 bis zu 25% der Daten. Und das ist halt dann blöd, wenn man irgendwie über Analyse redet und über tiefes Verständnis von dem, was da auf der eigenen Seite passiert, besonders dann halt in bestimmten Zielgruppen. Und da sagen wir eben, bitte werdet selber Daten getrieben. Also es gibt so viele Unternehmen, die sagen, ich arbeite mit Google und Facebook, ich bin Daten getrieben. Das ist nicht der Fall. Dann könnt ihr ein Tool benutzen. Ihr müsst selber verstehen, was da passiert, selber Daten getrieben werden. Dann könnten wir darüber reden, dass das in Zukunft auch funktionieren wird. Elon Musk hat so schön gesagt, die Companies von morgen werden sich um ihre Daten kümmern. Und ich glaube, das ist relativ wichtig, wenn man sich anguckt, Zalando hat auch mit 8 Leuten angefangen. Und die haben auch von Anfang an angefangen, Daten getrieben zu arbeiten. Ich kenne sehr viele Unternehmen, die sagen, naja, wir sind ja nur irgendwie 10 Verantwortliche für die Webseite. Daten, das können wir gar nicht hinkriegen. Das schaffen wir nicht. Wir sind zu wenige. Ich glaube, es ist halt relativ wichtig, sich von Anfang an selber damit zu beschäftigen, anstatt nur irgendwas anderes einzusetzen. Was empfiehlen wir? Genau hier in der Mitte eine Data-Driven Company zu sein, sozusagen First Party. Also es gibt ja First- und Third-Party-Cookies. Kennt jemand einen Unterschied? Nicht wirklich. Also wenn ich, ich kann einen First-Party-Cookies setzen, der kann dann auch wieder nur ausgelesen werden von der Seite, die ich besucht habe. Also das heißt, ich gehe zu esprit.de, setze ein First-Party-Cookies, dann kann Esprit, wenn ich das wieder, wenn ich wiederkomme, dann kann Esprit sehen, ich war da. Wenn ich ein Third-Party-Cookies setze, dann kann ich das auch von Bild und Zalando und von Fokus und ich weiß nicht, was auslesen. Also dann kann ich so ein Profil erstellen. Und diese Profilerstellung, auf dieser Profilerstellung basierte eigentlich immer das Online-Marketing. Und wie gesagt, das wird jetzt in Zukunft wahrscheinlich schwierig mit der Entwicklung, die wir da in der Privacy-Direktive sehen. Von daher, ich glaube, es ist wichtig, ein Tool zu haben, was erstmal First-Party-Daten sammelt, wo man selber, wie in meinem CRM, in meinem Kundendatenschatz, auch die Daten zu den Besuchen meiner digitalen Webseite erheben und das in einer qualitativ hochwertigen Version. Was wir jetzt zum Beispiel noch anbieten, das können aber natürlich auch andere Anbieter machen, wir schicken die Daten dann auch noch anonymisiert zum Beispiel zu Facebook weiter. Auch da ein schönes Beispiel, Facebook Custom Audiences, kennt ihr jemand? Und, okay, nicht so richtig, das ist wie ein Facebook-Like-Button. Wenn ich auf eine Webseite gehe, wo ein Like-Button von Facebook drauf ist und sagen wir mal, das ist eine Online-Apotheke, dann sieht Facebook, dass ich auf dieser Online-Apotheke rumsurfe. So, wenn ich da jetzt noch eine Hämorrhoidencreme kaufe, dann sieht Facebook das auch. Und das Schöne ist, Facebook kann das ja an meinem personenbezogenen Profil zuordnen, da bin ich ja eingeloggt. Und das ist eigentlich verboten in Deutschland, aber wie das so ist, hier sind viele Sachen verboten und viele Sachen werden halt einfach auch gemacht. Wir empfehlen halt in dem Moment, wo ich die Daten von meiner Hämorrhoidencreme-Webseite zu Facebook schicke, die Daten zu anonymisieren. Also, dass wir sagen eben, das ist nicht die Hämorrhoidencreme-Seite, sondern es ist, weiß ich nicht, eine Seite, 1, 2, 3, 4, 5, dass Facebook das eben nicht weiß. Und diese Technologien, die gibt es. Wir bieten auch eine von an. Man kann dann mit den Daten genauso gut weiterarbeiten, aber es ist in unseren Augen eben ein wichtiges Thema, um die Daten der Kunden auch zu schützen und trotzdem datengetrieben arbeiten zu können mit diesen Unternehmen. Ja, it's all about the user und lookalikes. Ich glaube, in diesem Sinne bedanke ich mich heute und wünsche noch einen schönen Abend.